Auch 2013 gibt es wieder eine bayernweite Klimawoche, und zwar vom 21. bis zum 28. April. Für Jung und Alt werden zahlreiche Veranstaltungen rund um das Klima angeboten. Organisator ist die Bayerische Klima-Allianz, ein Zusammenschluss verschiedener Vereine und Verbände mit dem Ziel, gemeinsam dem Klimawandel entgegenzutreten und die Bevölkerung für dieses Thema zu sensibilisieren. Startschuss ist am 21. April in Pfaffenhofen an der Ilm. An der Durchführung der Auftaktveranstaltung sind neben den Partnern der Bayerischen Klima-Allianz auch der Ortsansässige Energie- und Solarverein sowie die Stadt Pfaffenhofen beteiligt. Ich lade Sie herzlich ein, dabei zu sein, mitzumachen und aktiv zu werden. Den Klimaschutz ist eine der wichtigsten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, und nur gemeinsam sind wir stark. Wenn Sie neugierig geworden sind, dann klicken Sie doch mal unter www.klimawoche.bayern.de rein. Ob Exkursionen in die Natur, interessante Vorträge, informative Ausstellungen, Energieberatungen oder Workshops in unserem Veranstaltungskalender werden auch Sie sicherlich fündig. Perfekt. Veranstaltungskalender